Hey Leute, alles klar? Ich hoffe ja schon. Boah, es ist gerade wieder so heiß, Leute. Und ich muss heute leider noch weit Futter zu. Alle wissen, wie die Fahrrad fahren und so. Und ja, und so eine große Flasche oder sowas kleines kann man ja nicht so gut mitnehmen. Darum gibt es auch eine kleine Abkühlung zum Mitnehmen. Ich finde das sehr schön, wenn die Lattung steht, probieren wir ihn gleich aus. Vielleicht hat jemand von euch ein altes Handy oder so zu Hause liegen, wo man mit dem machen kann. Jetzt muss ich jetzt mal das Ding aufbringen. Okay. Die Zähne So Leute, das ist der Ventilator, und guck, das ist frei worden, aber jetzt kann man runterstecken, sondern ich fände Samsung, ich würde sagen, probieren wir ihn gleich mal. Das ist eine sehr feine Abküllung, Leute, das würde ich euch empfehlen, dafür gibt es ein schönes altes Handy, wo könnt ihr das ausprobieren, oder so. Ja Leute, wenn euch das gefällt, gebt mir einen Daumen hoch und abonniert mich bitte, danke!